Hallo zusammen, Fabian hier. Und ich will mich heute mal wieder outen. Ich habe das vor kurzem schon zum ersten Mal spieletechnisch getan und da war es auf Social Media zum Thema Mario Kart. Denn, o Schreck, o Entsetzen, ich habe bis vor kurzem noch nie Mario Kart gespielt. Und hier oute ich mich jetzt zum zweiten Mal, denn auch eine andere sehr langjährig laufende Serie habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht einmal ausprobiert. Bis vor kurzem. Und das ist Resident Evil. Denn während in meiner Teenager-Zeit meine Freunde alle auf ihren Playstations Resident Evil 1 und 2 gespielt haben, habe ich vorm Rechner gesessen und habe Baldur's Gate gespielt. Und wie das so ist in unserer Sequel-orientierten Gamer-Landschaft, Wenn man nicht von Anfang an dabei ist, dann fragt man sich dann auch bei späteren Teilen öfter mal, ja, warum soll ich denn hier eigentlich noch einsteigen? Und Resident Evil als Serie hat mir persönlich zumindest da nie einen guten Grund gegeben. Bis zu Resident Evil 7. Und hier ist mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen, wie viel Wert so ein Reboot tatsächlich darstellen kann. Denn die Resident Evil Serie hat für mich als Außenstehenden immer Charaktere gehabt, die über Jahre hinweg sich weiterentwickelt haben. Storylines, die sich zwar geändert haben, aber irgendwie doch immer wieder sich um die gleichen Leute drehte. Und das hatte irgendwie so viel von Ballast aus der Vergangenheit, dass ich nie das Gefühl hatte, da irgendwie auch nur ansatzweise einen Einstieg finden zu können. Als ich dann jedoch die ersten Bilder von Resident Evil 7 gesehen habe, dachte ich, Mensch, das ist ja mal was ganz anderes. Man hat so fast ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Capcom da ein bisschen auf der Erfolgs- oder Hype-Welle von P.T. mitschwimmen wollte. Ganz so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, weil wenn man mal bedenkt, wie lange Spiele in Entwicklung sind, dann wird das zeitlich wahrscheinlich auch nicht ganz hinhauen. Aber zumindest wusste Capcom, dass sie mal wieder was ganz anderes machen müssen. Und haben sich an Spielen so ein bisschen bedient, die Horror vor einigen Jahren neu erfunden haben. Einige Spiele davon, die ich persönlich auch zu meinen Lieblings-Horror-Games zähle. Und das sind die First-Person-Horror-Spiele. Da wäre zum Beispiel Amnesia. Als das Spiel damals rauskam und ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich mich darin gegruselt wie in noch keinem anderen Spiel zuvor. Und Resident Evil schlägt hier ein bisschen in die gleichen Tugenden. Man hat ein Gefühl von Schwäche, von Hilflosigkeit gegen einen übermächtigen Feind, den man weder versteht noch scheinbar zu bekämpfen vermag. Und so schlägt es an eine ganz, ganz bestimmte Kerbe des Horrors, den ich wahnsinnig fantastisch finde. Man könnte es fast schon mit dem existenziellen kosmischen Horror von Lovecraft vergleichen. Indem dein Widersacher so groß, unbegreiflich und der einem selbstverständlichen Logik widersprechend ist, dass man sich daneben einfach nur noch winzig und unbedeutend fühlt. Das Ganze wird wahnsinnig gut verkauft, auch vom Voice-Acting der Schauspieler, die das hier eingesprochen haben. Ich habe es zugegebenermaßen auf Englisch gespielt, aber die Vertonung, das laute Kreicheln, das aggressive ins Gesicht... Das ist alles wahnsinnig toll. Und daran, gerade durch diese Nähe, dieses Ins-Gesicht-Schreien, dieses Auf-ein-Zugehen, Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass das Spiel auch für VR konzipiert wurde. Und meine ersten Spielminuten habe ich auch dank meinem Co-Host Anko in VR verbracht. Und auch das hat dem Spiel wahnsinnig gut getan. Das hat in mir so ein bisschen die Angst geweckt, die ich ganz früher mal an Horrorspielen hatte und schon eigentlich lange nicht mehr verspüre. Denn das Problem, das Horror als Genre ja immer mal wieder hat, ist, dass man einfach als Zuschauer oder Spieler in dem Fall abstumpft. Und es ist schwierig, bis nicht gar unmöglich wird, den gleichen Horror wieder zu empfinden, den man so bei den ersten Filmen oder Spielen empfunden hat. Und VR belebt dieses Gefühl unglaublich stark wieder. Die erste Viertelstunde des Spiels passiert eigentlich fast gar nichts. Und dennoch bin ich schleichend vorwärts gekreucht und habe hinter jeder Ecke mich erstmal dreimal umgesehen, weil die Bedrohung, die nun auf einmal von allen Seiten kommen kann, und dass man eben nicht nur vor sich auf dem Bildschirm startet, sondern von all dem umgeben ist, das gibt dem Ganzen eine ganz andere und viel intensivere Qualität. So stark war die Qualität, dass ich ab einem gewissen Punkt auch einfach gar nicht weiterspielen konnte. Nicht nur wegen des Horrors leider, sondern auch wegen Unwohlsein, die das VR an sich in mir ausgelöst hat. Schade eigentlich. Aber auch als Nicht-VR-Spiel war Resident Evil eine fantastische Horror-Erfahrung, die einen tollen Bogen mitgemacht hat. Ist man am Anfang tatsächlich noch wehrlos und schutzlos den Mächten, denen man hier entgegentritt, ausgeliefert, wird man gen Ende doch fast schon zu einem unstoppbaren Soldaten, der die Gegner, die am Anfang vielleicht noch bedrohlich wirken, einen nach dem anderen niedermäht. Aber, und das muss ich auch zugeben, hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich mit dem Spiel warm geworden bin. Denn das Spiel orientiert sich nicht ausschließlich an Vorbildern des Indie-First-Person-Horrors, wie Amnesia, das ich vorhin schon genannt habe, sondern verbindet das Ganze schon mit klassischen Survival-Horror-Elementen. Ein Genre, dem ich immer relativ abgeneigt bin. Denn während ich Horror mag, finde ich Survival in Videospielen in der Regel ziemlich langweilig umgesetzt. Ich bin allgemein kein großer Freund von Ressourcenmanagement. Wenn ich aber mit Fans von Survival-Horrorspielen spreche, ist es gerade das, was die total fasziniert, immer so diese Angst, am Limit zu sein. Mich persönlich stresst und nervt das allerdings eher, denn ich habe ja das Gefühl, hey, ich kenne das Level noch nicht gut genug, ich muss hier und da vielleicht auch mal ausprobieren. Und dieser innere Perfektionist von mir, der will dann aber immer, ja, geh mal zum nächsten Speicherstand immer wieder zurück, weil dann kannst du das Level vielleicht noch schaffen, um noch weniger Munition zu verbrauchen. Und da ich nie weiß, was kommt, habe ich immer das Gefühl, dass jeder Schuss, der daneben gesetzt hat, irgendwie mir später zum Nachteil gereichen wird. Und ja, keine Ahnung, das macht dann einfach keinen Spaß. Da gibt es allerdings bei Resident Evil 7 ein ganz einfaches Mittel gegen. Und zwar einfach das Spiel auf Leichtspielen. Und hier kommen wir nämlich zu dem einzigen, richtig großen Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Und zwar, man muss zugeben, das Spiel war an einen vor, ganz am Anfang, aber man kann den Schwierigkeitsgrad während des Spiels nie wechseln. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad verstehe ich das ganz gut, weil sich tatsächlich das gesamte Spiel ändert. Aber hier für die normalen Schwierigkeitsgrade, sag ich mal, ist das sehr, sehr schade. Denn für jemanden wie mich, der so ein Spiel zum ersten Mal spielt und auch mit dem Genre nicht vertraut ist, ich gehe erstmal davon aus, hey, normal ist das, worauf man spielt. Dafür ist das Spiel gebalanced. Habe da allerdings noch nicht verstanden, dass ich mit meinem unvollständigen Wissen über dieses Genre einfach noch nicht gut genug bin, um das auf normal durchzuspielen. Und das Spiel wurde dadurch für mich zu einem absolut frustrierenden Erlebnis. Als ich dann nochmal von vorne angefangen habe, nachdem ich eigentlich schon fast die Hälfte des Spiels hinter mich gebracht habe, um das Ganze auf leicht zu spielen, ist von der Stimmung für mich persönlich überhaupt nichts flöten gegangen. Aber ich musste mich nicht mehr dem von mir empfundenen Stress aussetzen, der einfach mit diesem Ressourcenmanagement einherging. Und nun konnte ich das Spiel wirklich ausnahmslos genießen. Und wenn man dann später nochmal auf den normalen Schwierigkeitsgrad zurückgeht, dann ist man auf einmal mit Wissen bewaffnet. Und dieses Wissen hilft einem, mir persönlich in dem Fall zumindest, das Spiel auch einmal wieder auf dem härteren Schwierigkeitsgrad richtig zu genießen. Allgemein hat es mich hier so ein bisschen an einer meiner Lieblingsspielreihen, nämlich Dark Souls, erinnert. Wo man in das Spiel hineingeworfen wird, ohne viel zu wissen, indem man viele Mechaniken noch nicht richtig versteht. Und gar noch nicht so genau weiß, was muss man eigentlich machen, wie spielt man das optimal. Wenn man dann aber im nächsten Durchgang mit diesem Wissen bewaffnet ist, kann man auf einmal auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad sich perfekt diesen Challenges stellen und so mit dem Spiel mitwachsen. Und so ist dann im Endeffekt auch meine Reise mit Resident Evil verlaufen. War ich am Anfang noch skeptisch, später dann frustriert, habe ich dann, als ich das Spiel richtig kennengelernt habe, doch entdeckt, wie verdammt brillant das doch ist. Und jetzt muss ich sagen, nachdem ich auch jetzt eine ganze Weile Revue habe passieren lassen, doch eins der besten Horrorspiele, die ich seit einer ganzen Weile gespielt habe. Allerdings musste diese Erkenntnis bei mir auch erst eine ganze Weile reifen. Und somit ist in mir auch eine neue Anerkennung für Reboots entstanden. Und ich frage mich innerlich schon so ein bisschen, hey, was kann man eigentlich noch alles spielen? Welcher Reboot lohnt sich noch von einer Serie, die mich sonst vielleicht nie interessiert hat? Äh, Prey kommt da zum Beispiel mir sofort in den Sinn. Aber hey, könnt ihr mir vielleicht ein paar Sachen sagen? Lange Serien, die schon seit Dekaden am Laufen sind, wo ich vielleicht den einen oder anderen Reboot ausprobieren sollte? Oder seid ihr selber Resident Evil Fans und seid der Meinung, dass ich jetzt, wo ich Resident Evil 7 gespielt habe, doch auch den alten Teilen mal eine Chance geben sollte? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr mehr zu meinem Playthrough wissen wollt, dann schaut doch mal auf www.goodgame2go.de vorbei. Ich habe zusammen mit meinem Gast Jens Brehl über unsere ganz persönlichen Playthroughs von Resident Evil 7 gesprochen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.